Heute in Lütztal, heute Oberkurble Klettersteig, eine Seilbrücke und danach arbeiten wir uns das Tal raus, bis nach Umhausen vor. Dann schauen wir mal, was wir alles packen oder nicht. Ja, wagen wir uns an die Klettersteigquadrologie ran. Ja, super. Dann geht es gleich los mit der Seilbrücke. Alles gut abgesichert, ganz gemütlich. Schauen wir, was der Tag bringt. Ja, der macht die Jugend vor. Jugend vor. Jugend vor. Oh, ein leichter Überhang zum Abklettern. Ja, aber alles ganz stark hier abgesichert. Ja, da ist die eigentlich drin. Ja. Verdammt. Oh, dein Fuß. Oh Gott. Oh, hier, SOS-Telefon. 140 wählen. Ja, maximal eine Person steht drauf. Das hält uns schon. Aufgrund. Ja. Wie? Wie? Wie gut? Wie? Wie? Ja, eine Warteposition. Du bist gesichert quasi. Ja, coole Seilbrücke. Spätestens hier merkst du deine Höhenangst hast oder nicht. Ja, genau. Ja, genau. Und dann haben sie wieder gespart, weil dann das Dredel, wo es dann gebrannt ist. Aber dann weißt du wenigstens vielleicht, dass es dann nicht weitergeht draußen. Ja. Und dann kommen die nächsten. Gut getroffen heute. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll. Und dann wird das Dredel. Ich bin voll. Das sieht so geil aus. Das ist klasse. Ja genau, du lernst ihn schon. Ja, brutale Photo Action. Ich bin alle schon geprüft, wer mit uns unterwegs ist. Ja. Da war ich gleich mal gestorben. Ich bin alle schon geprüft. 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 Maximal zwei Personen. Ey, cool. Kommen wir uns reinhängen. Machen wir eine fette Drahtseite Action. Ja, einfach mal hängen lassen. Wenn das der Ralf zieht, ey. Aber jetzt wieder hochkommen, ey. Ich bin alle schon geprüft. 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 Oh, ein Wandbuch. Ja, ist gar kein Buch. Das sind drei Zettel. Ja. Das ist gar kein Buch. Das sind drei Zettel. Ich bin alle schon geprüft. 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 Das ist's für heute. Alles Ralf wink mal 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 Du hast das schon, ne? Ja Super Cool Mach dich auf den Weg bevor die Berge glühn Ehe das Tal erwacht, werden wir oben stehen Wir müssen raus, um uns nicht mehr im Kreis zu drehen Der Nebel lichtet sich und hilft uns weit zu sehen